Hey ho Leute und Willkommen zurück zu The Night of the Rapid, wo wir gerade hier reingehen wollten. Wow! Ein riesiges Riesenwohnzimmer! Mit geiler Musik. Naja, andererseits scheine ich Mäusegröße zu haben, seit wir angekommen sind. Wer hier wohl wohnt? Ui, hier riecht es ein wenig nach alten Socken. Okay, schauen wir erstmal. Wir nehmen erstmal die Schokolade hier mit. Brauchen wir ja. Ein riesiger Brocken Schokolade! Die Alufolie habe ich auch eingesteckt. Okay. Tasse mit Milch, da können wir uns doch bestimmt Milch holen. Jetzt habe ich Milch. Gut. Dann können wir damit nachher mal... ...Pengematte... ...äh, schön den Kuchen machen. Geh voll, da können wir mit Sicherheit hochklettern. Wow, ist das hoch! Ja. Da hängt übrigens eine Socke. Bestimmt riecht es deshalb so. Huch, da schläft ja jemand. Das ist wohl der Freund, den ich wecken soll. Hm. Hey. Nichts. Ich dachte, das Bahngleis wäre verlassen. Also der Bahnhof. Okay. Ähm. Können wir den Efeu umschmeißen? So eine Pflanze haben wir zu Hause auch. Disco. Hm. Schade. Mit den Händen kann ich den Stock nicht bewegen. Wer würde sonst bis zur Uhr reichen? Können wir dich so bewegen? So eine Pflanze haben wir zu Hause auch. Der würde sonst bis zur Uhr reichen. Haha. Das hat doch mal geklappt. Ja. Auch wenn dein Satz keinen Sinn gegeben hat, aber es hat geklappt. Können wir bei der Hängewarte was machen. Hier gibt es auch einen Schlafplatz für kleine Leute. Wir können nichts dort machen. Okay, dann gehen wir mal nach drüben. Ja. Der balanciert aber gut. Hm. Die ist ja riesig. Wenn die klingelt, macht sie bestimmt auch einen Riesenkrach. Stimmt. Jetzt müssen wir sie aber mal reparieren. Da gibt es einen Drehknopf. Die Kuckuck hat gar nichts gemacht. Ich glaube, die Uhr ist kaputt. Toll. Weil wir erst den Haken da oben einmachen müssen. Das Gelenk ist eingerostet. Es bewegt sich nicht. Hm. Also ich muss irgendwo Öl herbekommen. Die ist... Okay, die ist ja riesig. Ja, ja. Blasebalk. Sieht so aus, als ob das das Ding ist, das Kuckuck macht. Kuckuck. Ja, es ist sogar abgebildet drauf. Find ich gut. Wir können selbst dumme Leute erkennen, was hier passieren soll. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir die... ... in den Metallarm wieder entrosten. Aber ich glaube, im Moment haben wir dafür noch nichts. Sogar der ist riesig. Das höre ich öfters. Was? Ähm, Serviette. Können wir das mitnehmen? Das nehme ich mit. Zeig doch. Und dann denke ich, können wir erst mal zurückgehen. Ich hätte hier jetzt gerne, ähm... Den... Entschuldigung, ich musste gehen. Es ist noch so früh morgens. Ich glaube, wir haben erst... ...halb drei oder so. Mittags. Ja, da ist man schon mal müde. Ja, ja. Ähm. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir einen Postfrosch holen könnten. Aber da war kein Teil zum Postfrosch holen. Fliegt. So, ähm, wir haben... Willkommen zurück. Milch für dich. Eine Zutat für die Torte. Vielen Dank, mein Krokantküsschen. Es fehlt nur noch... Eine Handvoll süßer, roter Beeren. Und dann noch... Schokolade. Ja, also Schokolade. Haben wir auch. Jetzt müssen wir gleich nur noch schauen, wie wir an die Beeren kommen. Eine Zutat für... Eine... Haben wir mittlerweile irgendetwas hitzebeständiges Silberfolie. Müssen wir irgendwas heiß machen? Können wir mit der Serviette einer Drachen bauen? Da braucht man keine Sä... Hinter dem Löffel. Da braucht man... Da braucht man keine Sä... Okay, wir müssen irgendwie noch an die Beeren kommen. Die Hangbutten sind keine Beeren. Das haben wir, glaube ich, schon mal probiert. Manu. Wie komme ich denn jetzt an die Beeren? Ich glaube, sonst lag da auch nichts mehr rum. Eins von den Posten... Gehen wir mal hin und benutzen hier den Knackfrosch. Mit dem goldenen Horn. Mit Frosch. Ich glaube, ein echter Knackfrosch macht nicht so Geräusche. Hallo, Jerry. Hi. Na, wohin soll es gehen? Mal gucken. Ich gucke gerade auch, ob es diesem Screen vielleicht auch irgendwo einen Tropfen gibt. Aber ich finde leider keinen. Finde leider keinen. Kann ich mich mit dir cool unterhalten? Na, wohin soll es gehen? Na, wohin soll es gehen? Na, wohin soll es gehen? Er ist nicht so gesprächig. Gut, lassen wir das. Ähm. Ich würde gerne hier hin. Auf geht's. Halt dich fest, Jerry. Mach ich. Bis später. Bis dann. Kumpel. Yeah. So, wir müssen immer noch irgendwie an die Beeren kommen. Da komme ich nicht dran. Jetzt muss doch irgendwie... Ein Stopp bringt hier... Ein Stopp. Ein Stopp. Ein Stopp. Ein Stopp. Silber. Silber. Da brauche ich. Da brauche ich. Es hilft uns noch nicht wirklich weiter. Was haben wir denn sonst noch für Aufgaben? Marische Karten. Düssel verloren. Blatt verteilt die Einladung zum Wipfel fest. Ja, es gibt eigentlich sonst nicht groß was zu tun. Moment, weiterspielen. Es gibt eigentlich gar nichts zu tun. Wir müssen ihn wecken. Aber sonst war es das auch. Gucken wir vielleicht mal hier nach, ob es hier irgendwas Neues gibt. Nein, das steht noch. Okay. Ähm, raus. Können wir mittlerweile hier die Schleuder benutzen. Stimmt, das könnte gehen. Aber jetzt bringt das noch nichts. Okay. Ich würde immer noch gerne die Bieder bauen. Moment, Knappfroosch. Hallo, Jerry. Ähm. Ölmauer hilft uns nicht wirklich was. Wir brauchen irgendwoher Öl. Öl wäre echt gut. Wir schauen nochmal da hinten nach. Auf geht's. Halt dich fest, Jerry. Bis später. Irgendwas muss es hier doch noch zu tun geben. Ich muss ja noch nicht sagen, dass das alles war. Was gab's hier? Ne, da geht's zurück. Und da. Okay, es geht hier zurück und da ist gar nichts. Okay. Seems buggy. Okay. Wollen wir doch mal schauen, ob wir irgendwas übersehen haben. Leicht. Irgendwo. Stimmt. Da geht's raus. Die Hängematte konnten wir auch nicht irgendwie benutzen. Hier gibt es auch ein... Bei Trieb gab's auch nicht viel zu tun. Wenn sie geweihet, glaube ich, dass er sagt, dass es festgerostet ist. Das Gelenk... Vielleicht kann ich da ein bisschen, ähm... Hagebutten sind... Hagebutten drauf machen? Nein. Okay, es bewegt sich nichts. Ich hab's verstanden. Nein, na... Oh, nee. Das Gelenk... Es bewegt... Ich mag übrigens so große Screens nicht, wo man erst scrollen muss. Das finde ich... Finde ich persönlich immer ein bisschen nervig. Dafür brauchen wir noch Tropfen. Also wie gesagt, wenn ihr Tropfen findet, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, wie ich an die Bären kommen soll. Ich weiß nicht, wie ich an Öl kommen soll. Ich weiß gar nichts. Euch kann dich auch nichts anfangen. Weg zur Stadtmauer... Gibt's da oben irgendwas cooles. Weg zur Stadtmauer. Eher nicht so. Die guckt voll traurig. Mensch, schauen wir erstmal da, ob es da was neues gibt. Ich glaub wir vielleicht die Spinne ärgern können oder so. Hier ist schon mal nichts neues. Können wir dich mit Alufolie ärgern? Ich will... und wenn das nicht... Können wir dich mit... Silberfolie nützt... Ne, ne, das wollte ich gar nicht. Mit der Serviette ärgern. Ich will... Können wir Wasser aus dem Tümpel... Mein Becher ist sicher eine Allzweck. Aber ich will den bechergehenden Tümpel benutzen. Oder so. Ja, nicht wirklich. Okay, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Kann mir hier irgendwer von euch helfen? Du hast gut auf meine Nichte aufgepasst. Du bist ein wahrer Baumläufer. Uhu. Uhu. Schon seit ein paar Monaten wird unser schönes Mauswald Opfer aggressiver Krähenangriffe. Diese Krähen sind wild. Fast unfähig zu sprechen. Eine sehr beunruhigende Situation. Er hat einen der Sätze ausgelassen und stattdessen einfach zweimal Uhu gesagt. Uhu. Uhu. Na, Grünschnabe. Weißt du... Bitte. Kein... Ich habe Kopfsch... Uhu. Okay, lassen wir das. Suche das Schloss zu dem Schluss... Ja, das habe ich schon. Hinter der Tür wirst du einen aufballt. Okay, das hat mir gar nicht weiter geholfen. Aber ich würde sagen, wie es weiter geht, suchen wir in der nächsten Folge. Beziehungsweise suche ich vielleicht schon zwischen den Folgen ein bisschen weiter, damit wir nicht die ganze nächste Folge suchen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.